Nervt jetzt natürlich da oben ein bisschen, aber... Äh, versteh ich gerade gar nicht. So, ich dann... Boah, hier, guck mal, immer größer werden die. So ist doch schon der Krankenwagen gewesen. Wieso sind die alle so unglücklich? Ey, 28 verlassene Gebäude, warum? Ja, wenn ihr das... Also schief es, ich bin Teenager's. Die Vahrer ist auch einfach da. Je leid, ich bin die Vahrer. Die Vahrer ist auch ziemlich schnell. So, ich bin die Vahrer. Ich bin die Vahrer. Wenn ihr das stimmt. Sie sind die Vahrer. Ich bin die Vahrer. Wenn die alle ihr verficktes Geld in in Casinos und so ausgeben, dann sind die doch selbst schuld. Oh mein Gott. Hier wollen wir saubere Energien haben, ne? Die Stadt hier soll sauber sein. Nicht besonders viel zur Umweltverschmutzung. Beitragen in unserer Bucht hier. Und natürlich mit Casino machen, gewinnen. Ja, komm, dann bauen wir hier für euch noch so ein bisschen... So ein bisschen, ne, hier. Na, hier. Muss ich doch irgendwo hinbauen können. Kann man eigentlich hier über die Schiene ne Brücke machen. Aber man kann einfach ne Kreuzung machen. Ich kann die hier nicht gerade legen. Echt nervig. Na ja, dann machen wir sie so. Geht'n da ab? Seid glücklich. So, jetzt haben... Habt ihr hier noch Shopping-Möglichkeiten? Ja. Drei verlassene Gebäude. Was ist jetzt schon wieder Geldnot? Oh. So. Alter, dann direkt die nächsten wieder Geldnot. So. Das Teule. So. Ist das? So. So. Chickas%. So. 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 Diese Schiene hier, die bringt mir eigentlich so viel, aber vielleicht will ich da später ja nochmal irgendwas machen mit. So, dann machen wir erstmal weiter die Dings hier glücklich, indem wir jetzt hier... Wie teuer das einfach nur ist, ja? Laber, ey. Übelst teuer. Aber dann können wir hier hinterher Straßenbahn... Straßenbahn machen. 14.000 zweimal! Äh, ja. Leute, das kann teuer sein. Was ist denn da? Ach, das ist Erzstadt. Was ist denn das da? Keine Ahnung, das sind die Erzbergwerke. Dann ist da hinten Ölstadt, genau. Schön. Schön zu sehen, wie sich hier alles so entwickelt. Unsere Einwohner sind zwar nicht ganz so zufrieden, aber... Ich warte gerade auf ein Auto oder sowas. Ach, verdammt. Alter, wie schnell die Erz... Alter! Ha! Erwischt! Okay. Das macht natürlich Sinn. Äh, yo. Wie krank! Ah! Okay. Krass, krass! Der ist jetzt bei mir im Kreis gefahren. Alter, wie viel wir dafür ausgeben mussten. Aber wir haben's geschafft. Jetzt haben wir den Kreis hier schon mal fast vollständig. Nur noch hier. So, der Kreis ist vollständig. Und im Laufe werden jetzt... Im Laufe der Stadt hier werden jetzt hier alle... ...Hauptstraßen darauf geupgradet, damit wir einfach noch mehr Transportmöglichkeiten haben. Was ich schon ziemlich nützlich finde. Alter. Viele unzufriedene wir einfach nur haben... Alter, ist das krass. Die sind hier glücklich. Und hier in den Kreisen sind die nicht so. Ja, sagt doch, dass ihr nur 10 habt, ey. Ich hab keine Simoleons mehr. No Simoleons anymore. For you. Komm jetzt, bezahl mir ein bisschen Geld. Alter, noch 300, ne? So. Fertig. Das ist die Klinik, aber... ...dass wir keine gesundheitlichen Probleme... Was ist eigentlich das da? Stopp. Was ist das? So, so. Ne, nicht du. Und dann bist du. Ach, das sind solche... Obdachlosen. 65 am Arsch. Oh, schau. Os. so ein paar Obdachlose. Entweder zu viele Verbrecher oder Geldnot. Aber meistens Geldnot. Wie können wir den denn... Na, Jobs. Klar. Okay, das war natürlich... unbedacht von mir. Mach ich jetzt direkt. Erstmal, Gott sei Dank, können wir hier Spiel anhalten. Können sich keine Neuen bilden. Ey, das ist ganz praktisch dafür jetzt. Obwohl, ich hab kein Geld mehr. Aber immerhin können so einen Wasserturm bauen, hier. Genau, und jetzt drücken wir wieder auf Play. Aber wir brauchen unbedingt Jobs. Was, wo kriegen wir Jobs her? Was machen wir da? Was brauchen wir eigentlich für eine University? University. Bildungs- Ja. Ihr seid zufrieden. Wenigstens einer. Wo ist denn eigentlich unsere Feuerwehr? Ach, wir haben ja gar keinen in der Stadt. Ja, die schafft doch Jobs. Ja, die schafft doch Jobs. Am Arsch, das sind schon wieder 16 verlassene Gebäude. Ganzen. Naassa mit derna. Das war's für heute. Das war's für heute. Wir haben viel zu wenig Jobangebote hier. Arbeitslose 1.300. Nicht besetzte Jobs 0. Wir haben nur 1.412 Jobs insgesamt. Ihr wisst, was das heißt, ne? 4.250. 2.250, ne. 2.250. 2.250. 2.250. 3.250. 3.250. 3.250. 3.250. 4.250. 3.250. 3.250. 4.250. 4.250. 4.250. 4.250. 5.250. Ich würde sagen, wir machen uns an den Kohleabbau hier. Aber den gezahlt der Vorrat. Äh, wie teuer ist denn Kohle? Nee, ich finde die... Wir haben null Industriegebäude. Ja, wir können auch noch Industrie machen. Genau. Warum haben wir keine Industrie? Da haben wir ausgewiesen, aber da kommt keiner. Finde ich nicht okay, muss ich sagen. Ja, wir brauchen unbedingt Industriechen. Ich weiß, die Straße hat sehr viel Sinn gemacht, aber wir können die besser verlegen. Ja, das passt mal auf, Leute. Ja, das passt mal. Ja, das passt mal. Ja. Ja, das passt mal auf, Leute. Ja. 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 So, perfekt. Und da können wir jetzt nämlich überall... Nur da nicht. Und jetzt können wir mal auf weitermachen. Ich bin mal gespannt, wie schnell ihr verlassene Gebäude... Wie viele Obdachlose wir einfach nur haben. Ich bin jetzt erstmal darauf aus, hier die Jobs hinzukriegen. Verlassenes Gebäude 2. Alter. Wie schwer es ist, so eine Stadt mit Casinos aufzubauen. Weil die lockt einfach so übelst viele Verbrecher an. So, jetzt... Industrie, wir brauchen mehr. Abnehmer für unsere Lieferung. Ja, können wir machen. Hier, Handelsdepot. Wo ist es? Hier, guck mal, da machen wir hier noch ein schönes Read. Da kommt jetzt so ein beschissenes Handelsdepot hin. Das funktioniert leider nicht. Versuche es doch ein anderes Mal. Will ich nicht. Will das jetzt... Nein, Handel. Sollte natürlich auch im Industriebereich liegen. Ach komm. So, und jetzt her mit... Hier. Erstmal brauchen wir nur das. Und erstmal mehr nicht davon, so. Wir schreiben. Wir schreiben. Und dann prestieren. Wir wissen.